Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft. Ich schnappe mal wieder mein 8er Würfel und würfel eine 8. Das ist die ewige Wacht. Mal wieder. Ich habe einen Dschabu. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt wieder die 6 würfel. Ich nehme jetzt meinen 6er Würfel und ich würfel eine 1. Cool, mein Jäger ist es. Cool. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So und da bin ich wieder. Die Runde startet in 1 Minute und 30 Sekunden. Ich bin mit meinem schönen Hunter unterwegs. Der dumme, was ich ja hier finde bei Hunter ist, der mich unsichtbar macht, ist, dass meine Katze nicht unsichtbar ist. Warum ist die dumme Katze nicht unsichtbar? Das kann ich nicht verstehen. Die müsste auch unsichtbar werden. Okay, da ist zwar die Fähigkeit von den Nachtelfen, dass er unsichtbar wird. Aber, warum kann er das hier aufs Ziel überbringen? Überbringen? Übertragen. Ja, was soll's. Später mit Camouflage kann ich mich irgendwie so unsichtbar machen. Mit Limm 60 war das glaube ich. Ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oh, krass. Krass, Lady. Pass durch Tür, pass durch Tür. Ich wollte schauen, mit welches Level ich. Wo sieht man das nochmal? Skillbaum? Wie das Skillbaum? Das war auch immer der Skillbaum. Ich glaube, mit 60 war das. Ne? Da, mit 85. Außer den. Und loshalten. Mein Telefon spielt verrückt. Wir schreiben in dieser Zeit noch eine Nachricht. 23.54. Na ja, die Leute, die mich kennen, die wissen, wer mich schreibt. So. Ich bin hier ganz schön unterwegs. Ich habe mir jetzt hier gestern schon angeschaut, wegen dem Dämonenjäger, wo ich ja so richtig aufgeregt bin und neugierig bin, wie das da abgeht. Ich habe gesehen, dass der Dämonenjäger einen Doppelsprung machen kann und dann eine Gleitfähigkeit hat. Also sprich, er breitet Flügel links und rechts, naja, zwei Flügel halt, ne? Aus. Und mit die schwebt er. Sieht richtig cool aus. Der Charakter wird ein bisschen anders gespielt, so wie ich das mitgekriegt habe. Allein schon durch den Doppelsprung, den er machen kann. Dann kann er ja gleiten. Dann hat er einen, äh, anstürmen, was durch die Leute durchgeht und dabei Schaden verursacht. Ich bin zu spät. Schon alle weg hier. Mensch. Ich blibber da. Der kommt dann mit hoch. Dann werden wir auch gleich mal gebühren, dich empfangen. Jetzt war ich mal das dumme von mir unsichtbar. Oh, der wird ja gleich. Oh, der wird ja gleich mal geboren. Ja, das ist ein Moment. Naja Da war ich gerade ein bisschen am Träumen, aber habe ich die Flagge nicht genommen Dann wurde die Flagge eigentlich zurückgesetzt Ach egal, jetzt sind wir hier einfach alle weg Alle die uns hier im Weg kommen Doch sind die wirklich da So Na ja, die hauen uns alle nicht Der schlechteste Nein, das kann nicht sein Und der Dämonenjäger, der ist für mich eigentlich eher zu sagen, kein Jäger, der ist für mich eigentlich eher Ich sag mal, so eine Art Schurke Würde ich jetzt sagen Aber ich habe auch nicht viel gesehen Ich habe halt nur gesehen Von Starkgebiet Mehr nicht Habe ich denn jetzt schon einen Kill? Das kann doch nicht wahr sein Aber ich habe es nicht mehr gesehen 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 Es ist eine宗 Öffnung jetzt habe ich aber einen Kill ja ich habe einen Kill gekriegt die Ali Flagge ist unterwegs? Nein das kann nicht sein wir sind am verlieren 3 Kills gerade gemacht es läuft, es läuft wir wären noch die Besten wir sind ja schon auf dem 3. von der Allianz oh, wir sind noch nicht da Tja, woher wusste ich das? Tja, woher wusste ich das? Und die Aliflage wieder unterwegs Go, go, go! Zuul Die Jäge hat mich mal hier, nicht Nee hat er nicht. Oh mein Handy. So, da hinten ist einer. Ah, da ist der Schamano. Ach, Mensch, das kann noch nicht wahr sein. Wie viel Heil haben die Gegner? Oh. Wah. Wie kann das sein, dass ich manchmal mit einem Schuss sterbe? Oder einen Schlag. Oder wie auch immer. Oh. 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 Zweiter Platz! Von Zero to the Hero! Oh! That's Phoenix! Hmmm Das bringt mir auch nichts Ich liebe Jäger Ich liebe den Jäger solange bis ich einen besseren Jäger finde Der mich besiegt Ich sterbe immer an den dummen Jäger Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der aber ich glaube ich hab den die jahre gekriegt ja Mann, kann ich mich eigentlich totstellen? Wo steht es denn da, 23? Ach, das dauert doch mal ewig kalt, der gerade mal lämpt. Naja, mit 1-0 verloren, aber was soll es? So, ich hoffe, euch hat dir gefallen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann, ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.